Guten Tag Leute, heute bin ich mit Enes im Duo Wetter Real und das ist unsere erste Runde in der neuen Season, also wir haben die Season noch gar nicht, also nicht Season, im neuen Update, wir haben den Update noch gar nicht gespielt und das ist unsere erste Runde mit euch zusammen, also schaut bis zum Ende und verpasst nichts. Wir werden auch probieren, alles Neues Mögliche zu finden und euch zu zeigen. Ich habe eine Pump. Bro, ich bin 3.000 Meter von mir entfernt. Bro, ich mache Schaden mit einer Pump, Mann. Ich mache Schaden von 10.000 Meter gefüllt von einer Pump. Mit einer Pump, Alter. Brauchst du Hilfe? Nein, mach's. Die sind urweit, weißt du nicht. Was? Bro, was der größte NPC ever. Blood ist hauend von NPC ab. Bro, Blood hat NPC gepackst. Blood wurde von mir weggekommen. Oh, ich habe Besen, ich habe Besen, ich habe Besen. Ich habe noch nie was für Besen geklärt, ich weiß nicht mehr. Guck, also Leute, das ist Besen ist wieder zurückgekommen. Und da Candy bekommt man Schild, also von Süßigkeiten bekommt man Schild, hier. Ah, also von das hier auch. Das oder davon. Pass auf. Nein. Ich habe ein E19 heute gegeben. Ich will nicht mehr. Hast du Pump nicht? Nein, nein, nein. Ich habe nicht. Also die, äh, also das hier gibt's dir. Okay. Ines, guck, ich habe diese eine Effekt von Schnelligkeit. Und Leute, Besen geht durch Wände. Also wenn ihr zwischen eine Fight und ihr wollt rausgehen, und ihr wollt von der Fight rausgehen, dann macht es einfach. Ihr werdet durch zwei oder drei Wände, keine Ahnung, durch wie viele Wände, aber ihr geht dann durch Wände durch. Und warte, lass mal schauen, was das hier gibt. Oh, das kann ich nicht nehmen. Ich bin schon voll. Das hier gibt Schild. Das hier gibt zehn Schild. Geht mal, geht mal. Ich habe Schild gehört. Ja, ja, wir sind über uns. Schild. Ich bin schon, wer für das. Okay, Ali, äh, hast du eh Dings? Äh, Karte? Ja, ja. Okay, komm, lass gehen. Ah, da hinten Gegner. Crack. Only three. Dead. Sentimate. Da hinten. 20 White, 40 White. Stark. Guck, das ist die neue Pump. Das ist die neue Pump, Leute. Ja, nehmt. Leute, das ist die neue Pump. Äh, so, ich werde die benutzen, damit ihr die seht. Also, die ist eigentlich scheiße. Aber egal. Äh, ähnliches macht die Splashies auf uns. Äh, ich hab schon, äh, Dressor gehört, bitte. Ja, das ist noch ein bisschen. Okay, also Leute, die macht eigentlich eh viel Schaden Headshot und guckt die Animation an. Die schießt schnell. Also, die schießt eh schnell. Und guckt die Ladeanimation an. Ja, die hat halt einen kleinen, aber wenn du Headshot triffst, 160 oder 170, keine Ahnung. Hast du schon gewöhnen, oder so? Ja. Warte, schau mal, ob man da durchkommt. Nein. Ich hätte probieren, die neue Augment zu bekommen. Sprinter. Durch das Sprinten wird eine ausgerüstete Schritte langsam nachgeladen. Ah. Also, ich glaube ich, automatisch nach. Oh. Also, Leute, guckt. Da, ich hab zweimal geschossen. Ich hab jetzt nur noch zwei. Wenn ich sprinte, dann lädt es langsam nach. Jetzt habe ich drei, vier. Ja, okay. Da ist die vier. Ines. Wohin? Lass die Sonne gehen mit Besen. Also Leute, Besen ist eigentlich Urkram und man kann es halt in irgendeiner Zeit canceln. Also, zwei steht jetzt. Die anderen da. Ja, ich sehe die. Also, ich hab ihn nicht genau gesehen. Da. 22. Also, 21 noch nicht. Ich hab beide 21 wieder. What? Dead? Nein. Nein, der hier ist es irgendwo. Oh, noch. Hast du ihn, äh, schon gegeben? Ich hab 50 hinterlegt gegeben. Pass auf, wegen, hinter uns, weil ich wurde von hinten abgesprayt. Ich hab nicht hierhin mit Besen, Mama. Okay, ich komm dann nach dir. Ich mach dir. Du brauchst Hilfe? Nein, nein. Ich will nicht. Bro, diese NPC. Ah, da ist ein Gegner. Ah, das ist er. Na, Bro, ich hab gar keinen Schuss getötet. Wenn du irgendwas brauchst, sag mir. Ich, 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 ich finde die Pump nicht so geil. Also, eigentlich macht die eh, die macht, die macht einen Body Shot. Oh, Superschutz. Die macht so ein Hindertal jetzt. Die sind da oben. Dead. also, eine Sch biological. Dead. The people leave me. also, das ist learnin' again. Ich hab die. Ja, ich hab die. dass wir da eingenommen darf kommen das mit dem wesen gehen dass wir er so eine spie haupt mit schockwellen ab nein mann wie habe ich triff ich gar keinen schuss mann noch auf ihn ja in der luft oh mein gut ich bin ich ihn und japan slops japan slops ich gebe mir eines da oben war die lege doppelmagaziner er nehmen sie ok Wo ist der teammate hin, ich glaub... Da, 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 dahinten, da, dahinten! Da, da, dahinten! Da, da, da! 1 und something back! 2 und something white! Da's ihn! Hinter uns, hinter uns! Ich muss meinen Fahner fahrt. Oh, er hat, er hat die mythische, er hat die mythische Katana! Lass ihn zurück, er her! Ah, okay! hast du ihn schaden gemacht 60 krank 60 krank oh mein gott heil dich die hauen alle ab mann ich seh ihn wo ich bin dead soll ich katana nehmen ich nehm katana ok wo ist die katana bro er hatte nicht die katana wer dann weil ein kabilen skin hatte katana hinter uns hinter dir hinter dir ich habe ihn in spiel gemacht oh mein gott ich heil dich wichtig gar keine kommt zu mir kommt zu mir ich kann dir zwei minis geben und such den ganzen lud nach hin ich habe ihn geholt da kommt zu mir nachher oh da unten ist heil und mit fritonso glaube ich nein da ist nur begin da kann er nur begin pass auf feit物 da ist es heil Can I find you? Oh my god Gläisfläisfläisfläis Is there no katana? Is in? Da! Let's go Let's go Leute Also, wie viele kills hattest du? Ich glaub ich hattest du 8 Ja okay, ich hatte 14 kills Also Leute Du siehst, das war die erste Runde Für mich und für Anus Und ja, wir haben direkt eine 20 gewonnen Oder mehr geholt Die neue Waffen sind krank Aber ich konnte leider in dieser Runde Nicht, was heißt die katana benutzen Weil es war noch Druck und so Und ich konnte sie nicht benutzen Aber wir haben die Runde bekommen Und ein epischer Sieg halt mit Corona Also, danke fürs Zuschauen Und tschüss